Hallöchen meine Käsekätzchen und willkommen zu einer neuen Folge von Calvin and the Infamous Machine. In der letzten Folge sind wir hier bei der Bibliothek stehen geblieben und wir haben viele tolle Sachen. Ganz viele tolle Sachen, aber hier war ich noch gar nicht. Achso, okay, was ist das? Vertäfelung? Kann ich hier irgendwas reinstecken? Hier, Holzspäne. Ich sag, wir werden nicht ziehen, sondern klicken. Ach, wirklich. Mehr haben wir nicht. Hä? Ein Rüsselhorn. Okay, momentan. Äh, nee. Ah, warte mal. Jetzt kann ich den Ball hinnehmen, oder? Äh, den Ball hinnehmen. Ja, toll. Dass sich niemand wundert. Aber ich hab doch jetzt... Warte mal. Hier ist der... Der hat doch gesagt, Horn. Ach nee, muss ich das selber benutzen? Oder wie benutzen wir den Ball hin? Okay. Ja ja, das sagen sie alle. Warte mal, wir haben doch jetzt den komischen Pfeil. Calvin, würdest du dich ein bisschen schneller bewegen? Oh, der läuft immer so langsam. Junge, das könnte gleich Sam & Max Wipe sein. Moment, hier ist doch noch ein Rohr. Hä? Warte mal, das ist hier ein Einlassrohr. Können wir das Horn hier rein? Jaja, ich weiß doch. Warum soll das nicht passen? Vielleicht in Rüssel? Okay, kann man hier das machen? Ah, okay. Ach ja, stimmt. Er hat doch gesagt, er hasst das. Briefe. Kann ich mal angucken? Okay, also. Aber großartig können wir hier nichts machen, ne? Komm, wir gehen erst mal zum Sachschulen. Zu der Wiese, wo wir den Pfeil haben, können wir den Pfeil mitnehmen? Ach, du solltest blöden Pfeil mitnehmen! Ach, der läuft so langsam! Mensch! Hm. Ich dachte, wir können den Pfeil hier mitnehmen und einfach irgendwas drin spicken. gut, also die haben das hingekriegt. Mürrischer alter Hund. Cool. Hier hast du eine Holzhand. Äh, hallo? Ach komm, ein Holzfinger. Wozu brauchen wir einen Holzfinger? Hm. Zaun. Okay. Warte mal, können wir die Kohle vielleicht auch... Hm. Was können wir damit machen? Den Hund, äh, benießen? Ja, was können wir denn damit machen? Können wir den Holzfinger damit eindrucken? Hm. Kann ich da die Holzspinner auch reinmachen? Ich muss keine Kotze machen. Wozu brauche ich denn die Briefe überhaupt? Hm. Den Hund müssen wir ja irgendwie auch überzeugen. Warte mal, können wir nicht Holzspäne? Ja? Kann ich jetzt mit denen irgendwas machen? Äh, hi. I'm just gonna borrow one of those... Rude. Rude. Kann ich mit den... Ja, nimm den Holzfinger. Ich glaube, ich werde diesen Satz sehr oft hören. Hier ein Horn. Einblasen. Ich glaube nicht, das wird funktionieren. Was soll er denn noch? Sägespinnen, ins Auge sprühen. Ich glaube nicht, das wird funktionieren. Also ins Auge schmeißen. Lass er wegrennen. Hier, Briefe. Mögen auch die Hunde. Warte mal. Kartoons haben mir gezeigt, was die Hunde für die Mail-Carriere machen. Was? Ja, wir müssen doch wie den Hund ja auch irgendwie... Naja. Überzeugen. Sagen wir, wieso kann ich den Holzfinger hier reinstecken? Ach komm, sagst du nur so, dass du es nicht kaputt machen willst. Hä? Wo ist denn überhaupt... Haben wir nicht irgendwo auch ein Haus von dem Typen hier? Da könnte man für... Warum muss ich da hinten hin? Ach ja, stimmt. Hier. Das Haus von dem Typen. Kann ich hier die Briefdinger hier rein holen? Ich weiß mal nicht, was ich mit dem... Du solltest die Briefe da rein holen. Ach so, du hast schon den Post reingestoppt, weil wir hier noch Briefe haben, deswegen. Ich zieh mir einen Pfeil mit. Hier, Holzspäne. Guter Dünger. Ähm, hier. Mörser gemischt. Aha. Hier, ein Holzfinger. Hm. Wozu brauche ich denn den Holzfinger, wenn... Wozu? Hallo, Teehändler. Ähm... Sicher, ja damit. Das ist der Spirit. Den Trichter brauchen wir bestimmt, der da hinten ist. Ja, das ist der Fische. Ich kann das, was ich mit dem Haar trinken kann. Ja, das ist der Lied und der Blüte. Oh, das ist wie ein frischere Trichter. Es ist nur der Kug, den du brauchst, um deinen Tag zu beginnen. Kriege ich den Trichter? Den brauch ich doch, glaube ich. Hier willst du... Hier, Mörser-Gemisch. Ich will alles mit dem Mörser-Gemisch wegmachen. Was haben wir denn noch hier? Hier, die Sägespäne. Mh, lecker. Was können wir denn noch machen? Hier, Briefe. Post für dich. Was haben wir denn noch? Den Holzfinger, aber der bringt uns nichts. Kann ich vielleicht irgendwas da reinstopfen? Hier, Sägespäne. Habe ich jetzt da die... Sägespäne? Kann ich hier, Mörser-Gemisch, auch rein holen? Kann ja sein. Aber schön finden. Okay, und kann ich jetzt hier sagen... Ähm, ja, ich möchte einen Tee. Explodiert das jetzt? Ich nehme mir mal den Trichter. Ja, ich nehme mal den Trichter. Ja, ich nehme mal den Trichter. Und den Trichter könnte ich doch theoretischerweise doch jetzt hier rein machen, oder? Und jetzt, äh, was jetzt nun? Kommt der jetzt hier angelatscht und... Nö. Kann ich jetzt das Salpeter nehmen? Das Glas. Ich nehme mir das Glas mit. Habe ich das jetzt nicht in uns? Schwefel. Warte mal, kann ich das mit dem hier kombinieren? Okay, wozu brauchen wir das? Keine Ahnung. Kann ich nicht ein Magnet benutzen? Der muss ja... Please touch the magnet. Ja, oder? Kann ich den Holzfinger da rein? Hm. Wir haben jetzt so irgendeinen Mischmasch. Und das bringt uns was? Ich glaube, Salpeter brauchen wir noch, hä? Alter, Typ gibt uns ja nuscht ab. Wie soll man das machen? Kann ich das auch mit? Wow, I think I just reinvented Gunpowder. Ja, wie soll man das machen? Oh, ein Rechen. Ah, müssen wir vielleicht diesen Robin Hood benutzen? Aber wie kann ich denn das machen? Kann ich jetzt Holzfinger? Ja, wozu brauche ich denn dann den Rechen? Kann ich das Beet benutzen? Hm. Ein Apfelbaum. Ah, kann ich das Horn mit dem Schießpulver benutzen? Nö. Kann ich das mit dem Apfelbaum benutzen? Einfach mal... Wieso? Ein Apfel am Tag? Ist doch gut. Dachte ich. Turm-Tür ist ja immer noch geschlossen, ne? Nicht mehr lange. Das muss nicht gehakt werden. Ja. Die Tür ist bereit für Breach. Ich habe die Gunpowder verwendet, aber ich brauche etwas... Holzspäne. Holzspäne. Ja, aber wie soll ich... Holzspäne? Ja. Aber brauche ich... Holzspäne als Anzünder, aber ich brauche irgendwas, was Feuer macht. Doch, du brauchst noch mehr. Hier, den Hund mit der Hake benutzen. Ja, was soll ich denn mit der Hake? Soll ich hier irgendjemanden weghaken? Haha. Wieso? Wäre doch cool. Äh... Kann ich mit dem was machen? No, hallo. Holzfäller. Ich brauche irgendwas zum Anzünden. Hm. Hier, Briefe. Für dich. Wo waren hier nochmal die... Kann ich jetzt hier nochmal auf das Horn gehen? Und dann? Ja, ich war hier. Aber ich habe hier. Und dann Refuge. Ich bin dann genau auf der Hake. Ich habe hier. Ich bin dann keine Sorgen. Wir werden die Gorpis nicht verletzen. Without einem super smarten Mathmagistin. Oh? Das ist ein... Ein sehr familienfreundliches Videospiel. Hier willst du die Hake haben. Ich brauche was zum Anzünden. Hier, der nur Wieselkäufer vielleicht? Was kann ich denn noch machen? Die Vertefelung muss ja auch irgendeine Bedeutung haben. Aber der sagt, ich will nichts kaputt machen. Ach so, den Holzfinger. Können wir hier noch irgendwas machen? Der ist ja noch am reparieren, ne? Hier willst du einen Holzfinger haben? Ne, damit kann ich nichts mehr machen. Mit dem Musikanten kann ich noch was machen. Keine Mitdehnung was machen? Sorry, buddy. Wir sind ein Trio. Ach, wir sind ein Trio. Okay. Hier. Ich brauche was zum Anzünden. Briefe. Ja, aber das Brie... Moment, wir können noch... Die Briefe können wir doch als Anzünder benutzen. Nee, können wir nicht. Warte mal, wir haben doch diese glühenden Kohlen doch da. Die sind jetzt nur noch die einzige Option, die wir haben. Aber kriege ich das hin? Dass ich da den Finger reinhalte und dann habe ich, ähm, so eine Art guckelndes Ding. Und dann könnte ich doch dann Feuer anzünden. Wäre ja so logisch. Hier. Kann ich die Hake? Briefe. Glühende Kohle. Hä? Wie soll ich denn das sonst machen? Hier, die Hake mit dem Zaun. Ein Holzdübel. Ah, warte mal. Hier. Holzdübel. Oh. Und was bringt mir das? Ja, und? Kann ich jetzt irgendwas machen? Oh, jetzt hat er auf den Hund gedrückt. Ja, was kann... Ich habe jetzt das Ding repariert. Was bringt mir das? Kann ich den Hund mit dem Horn nerven? Hm. Ähm. Nee, die Briefe können wir jetzt ja nicht, ne? Nee, ich würde lieber nicht. Hm. Nee, das sind Holzspäne. Ich brauche was zum Anzünden. Ja, aber was... Ich verstehe jetzt hier nicht, was ich... Kann ich mit dem Heißfeller noch irgendwas machen? Ähm. Kann ich hier... Ja, Briefe. Kann ich hier... Ja, Briefe. Ähm. Das Horn? Wieso erschrecken? Hier, nimm die Hake. Ach nee, die hatten wir ja schon. Warum was hier? Nö. Hm. Kriegen wir jetzt die Pfeile weg? Ich weiß mal nicht, wozu wir die blöde Hake brauchen. Eh, nicht da lang. Immer da lang. So. Wir brauchen noch was zum Anzünden. Ähm. Haben wir hier nicht irgendwo was? Ein Pfeil. Hm. Das bringt mir aber nichts. Hier kann es aber anders machen, ne? Hier geht es nicht weiter. Hm. Ich habe ja schon verstanden, dass wir, ähm, den Pfeil von diesem Robin-Hund so präparieren müssen, dass der Apfel dort rein, äh, dorthin fliegt und er den Apfel auf den Kopf bekommt. Also gehe ich jetzt davon aus? Kann ich das haken? Ich weiß ja nicht, wozu wir die Hake brauchen. Ich brauche irgendwas zum Anzünden. Hm. Feuerzeug haben wir nicht hier, ne? Hm. Papier? Damit aber bestimmt. Hm. Ja. Larry Popper, äh, Plopper, was weiß ich. Gut, jetzt haben wir das. Und nun? Haben wir trotzdem noch nicht alles. Gibt's denn hier jetzt mehr Bücher? Ha. Noch mehr Schießpulver. Haben wir nicht irgendwo was, was wir jetzt benutzen könnten? Ha. Ja. Oh ja. Kann ich mit dem irgendwas machen? Mit der Hake? Okay. Aha. Irgendwas magnetisches hier? Wieso? Ich bin doch noch gar nicht in der Bibliothek raus. Warte mal, ich würde... Kann ich den Magneten irgendwie hier benutzen? Was kann ich mit dem Podest? Ne, da kann man ja immer das Ding dran machen. Hä? Hm. Du, den Magneten mal wieder erstmal erinnern. Hm. Wir können die Magneten nehmen aber noch zu einem bestimmten Punkt. Ah, genug Schwefel. Geht's denn noch weiter? Ne. Ich steh mal wie immer auf den Schlauch. Kann ich meinen Schießpulver wieder mitnehmen? Ich weiß aber, was denn? Hier, die Briefe kannst du doch anzünden. Also, als Anzünder würden die doch reichen. Hm. Kann ich das Loch mit den Briefen verstopfen? Ähm. Kann ich das golfen? Irgendwie mit der Hake? Hm. Kann ich jetzt hier nochmal das Horn benutzen? Hm. Kann ich jetzt hier nochmal das Horn benutzen? Alle guten Dinge sind drei. Ja. Hm. Kann ich mit denen ich ja hier... Ach ne, haben wir ja schon probiert. Passt auf, Blätter. Haben wir hier noch irgendwas mit Bäumen? Ne. Ne, das ist nur der Holz... Kann ich mit der... Warte mal, kann ich was mit der Holzspiene machen? Hm. Ja, das ist... Ja, das ist... Ja, das ist... Ja, das ist... Kann ich den... Hä? So. Wir haben da nur noch den Hund. Und was anderes haben wir hier nicht. Können wir den Hund irgendwie... Kann ich den Zaun irgendwas benutzen? Besser wie neu. Kann ich hier die Hake benutzen? Das ist nicht... Ich weiß... Ich weiß... Wir brauchen die glimmeren Kohlen, aber der will ja die Briefe da nicht reinschmeißen. No, I... Hm. Ich überlege immer noch. Wir laufen hier strikt hin und her und ich weiß immer noch nie, was ich machen soll hier. Also, ich weiß schon. Wir müssen den Robin Hood irgendwie dazu bewegen, da was hinzumachen. Und wir müssen irgendwie was in die Luft springen. Hat der nicht irgendwas noch? Ist hier noch was? Ne. Hm. Ne, hier ist auch nichts mehr. Hm. Wir brauchen was, um was ernst zu zünden. Den Riesenmagneten müssen wir ja auch irgendwie... Kann ich jetzt die Pfeile benutzen? Ach. Hier, dann nimm die Haken und nimm die Pfeile reiß. Hier, kann ich dir noch Briefe geben? Kann ich dir jetzt noch mehr Briefe geben? Hm. Hm. Ach wirklich. Ist zu. Salpeter, brauchen wir nochmal Salpeter? Nö. Braucht er nicht. Okay, ist hier eigentlich noch irgendwas, was wir nehmen können? Ne, nur die Pfeile, der Appelbaum, Newton, kann ich mit denen noch quatschen? Oh. Hey, sie haben mir auch gedacht das Buch zu reden. Hey, great! You stopped reading that book. I had no choice. The library is approximately as quiet as an opera about cannons. I might as well take a break and try to get some real work done. Now you're talking. What are you working on? Larry Platter Fanfiction. Obviously. Oh, for crying out loud. Aren't you working on something before you started reading those books? What concern is it of yours? I'm a fellow scientist. I too seek answers to life's great mysteries. If you must know, I was researching the motion of heavenly bodies. You mean like supermodels? Planets! You dimwit! I was trying to determine what dictates the nature of their motion around the sun. Ja, und wieso haben sie denn... Vor allen Dingen, du solltest mehr Zeit mit diesen Planetendingsbums verbringen. Ich dachte das wäre doch, der ist ein Wissenschaftler. You should spend some more time on that planet thing. I bet you're really close. Oh, das kriegen wir da. Ich glaube sie haben was. Ja und? Kann ich jetzt hier haken? Und nun? Ah! Bishop. Ein Flamingo. Ein Teleskop. Uhren! Finden wir hier irgendwas, was wir benutzen können? Ein Teleskop. Oh! Hi! I was just inspecting your ground. For dirt. You're inspecting my ground for dirt. Ja. Get out! Och Mann! Ich wollte doch gucken. Hier. Hey Newton! Sie haben noch mal Post? Sie haben da noch mehr Post? Ich weiß nicht. Aber es ist so ziemlich cool. So, jetzt schnell war schnell. Jetzt gehen wir... Wenn mal... Dinges... Büsche... Uhren... Teleskop... Brunnen... Büsche. Oh, okay. Okay, but how do we know that isn't what he's supposed to be famous for? The fanfiction is titled Larry Plotter and the insufferable nuisance in the ugly vest. Well, I mean, that could be anybody. Damn it, Kelvin! The temporal lattice is starting to unravel! I'll do what I can to stabilize it from here, but you need to fix whatever you did and fast! Lies out! Mensch, Lies, do a Flamingo Mongo! Check it out! I'm you! Pfft! Woah, take it easy! It was just a joke! Jetzt nimm mir, gib mir ja Uhren! This guy sure likes his clocks! Ja, Brunnen! There's a plumb bob hanging from the well! Äh, hier, haben wir nicht hier irgendwelche Sachen? Oh, naja! These are full of something dark and viscous. Oil maybe? Weh, kann man das mitnehmen? Hier, mit dem Horn! Ich bin nicht sicher, wie die zusammen gehen. Hier haben wir noch eine Schauke? Was? Achso, das ist das Teleskop? Kreise! Zahnrad? Okay. Ich weiß aber nicht, was wir jetzt damit... Oh, eine Wechselbox! Was ist das denn eine Krillzeug? Ah, eine Zange! Haha! Weiß, wozu wir die Zange brauchen! Was machen wir jetzt noch schnell? Komm ich hier überhaupt noch mal raus? Die Uhren? This guy sure likes his clock! Noch irgendwas hier? Was wollen wir noch? Die Büsche? Den Brunnen? Hm. Wir haben jetzt noch ein Zahnrad. Und eine Zange. Die Zange weiß ich ja, wozu wir die benötigen. Aber das andere nicht. Hm. Na, guck mal. Gucken wir mal weiter. Wiese. Haha. Hast keine Ahnung. Komm, wir sprengen jetzt mal schnell den Turm in die Luft, würde ich mal sagen. Dafür brauche ich... Ach Calvin, mach mal ein bisschen hin, ne Mensch! Ah, warte mal. Das Zahnrad können wir doch hier benutzen, oder? Dann müssen wir es ein bisschen entrosten. Ich weiß noch nicht, wozu wir das Zahnrad brauchen. Hier, glühende Kohle. Mitnehmen. Hm. Schöne, glühende Kohle im Rucksack. Wie schön. Ähm. So, dann gehen wir aber schnell das Ding in die Luft springen, würde ich mal sagen. Wenn Calvin ein bisschen hingemachen würde. Oder? Och, komm schon Calvin, mach hin! Junge, der läuft ja langsamer wie Sam von Sam & Max. Ah, ist ne coole. Hahaha. Hahaha. Ich hab sich Podiumacht. Nein! Nein! Junge, die Frau die macht ja nur Panik, Mensch! Na gut, dann gehen wir mal dann in der nächsten Folge von Calvin and the Famous Machine dann mal hoch in das kleine süße Türmchen, würde ich mal sagen. Ich sag erstmal, tschau und miau bis zum nächsten Part. Tschau, tschau! Tschau, tschau!